Zahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinui. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen, wie meine Untergegnen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Ich hatte ein Auge auf Rufio und habe so von den Vorgängen im Büro erfahren. Aber es gibt auch noch Gutes in Rom. Und in Memphis? Den Verborgenen geht es gut. Doch ohne Pharao sind wir verloren. Ich sorge mich um unsere Tempel. Und dann ist er noch Cleopatra. Sie hat Alexandria Wohlstand gebracht. Das lässt sich nicht bestreiten. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten ein Dorn im Fleisch. Marcus Antonius stinkt ebenso nach Tyrannei wie Cäsar. Rufio trägt denselben Ruf. Ja, in den Sinai. Fajek! Fajek! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! Meier Moon, woher kennen Sie meinen Namen? Okay. Ist zwar jetzt nur eine kleine Nebensache, aber... Willkommen zur 100. Folge Assassin's Creed Origins. Das erste Spiel, was die 100er-Marke geknackt hat. Juhu! Juhu! Okay. Schluss der Freude. Ich sterbe gleich. Boah. Die Römer sind ja richtig assi. Nee, ich muss das... Ich muss meine Waffen wieder wechseln, ey. Hä? Achso. Jou! Danke. Dafür kriegst du das hier. Ey, der müsste sowas von tot sein. Ey, Amonet. Wenn du tötest. Tu's. Richtig. Strategischer Vollpfosten. Nee, nee, nee. Wird sich nicht im Rauch. Hallo. Hallo. Hä? 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 What? Aua, 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 aua. Ey! Ey! Hallo! Hattest du mal auf? Boah, nee, geht gar nicht. Nee. 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 Nein. Nein. Nee. Überhaupt nicht. Nein. Einfach nein. 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 Äh. Wir haben es gerade noch nicht. Äh. Wenn wir das Jetzt kriegt er auf die Fresse Jetzt habe ich mein richtiges Boardmesser dabei, Jungs Jetzt seid ihr am Arsch Wo willst du denn hin? Da, seht ihr? Einschlag, BAM, weg Zack, weg Du Zack, weg Nächster Du Kein Problem BAM Oh Schwert ist einfach geil Zack, ich lauf einfach durch So, kommt her Aua Da Seht ihr? Tot Auauch Nix Gut Ogen Kurz aufgeladen Super So liebe ich das Meine Damen und Herren Zack, weg Bam Alter Schwede So will ich das sehen Boom, weg Wow Wow Oh god Viel einfacher Seht ihr? Und deswegen Nicht immer gucken nach Was ist das beste Stärkste Sondern einfach Was am besten Was am besten reinhaut Wie zum Beispiel Ich habe schon 500.000 Bögen gehabt Die stärker sind als der Den ich jetzt habe Aber der hat den Feuereffekt Und der haut auch so gut rein Zack Zwei Schläge BAM Weg Ey Ey What What Zack weg Boom Yeah Jetzt bin ich wieder der Ultimate Fighter Ey 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 Lass den Dorf beworben in Ruhe Was Was Tschüss Tschüss Ja Mach das Rufio Rufio Der Name erinnert mich Immer an dem Äh Film Hook Mit Robbie Williams Wo er Peter Pan spielt Als Erwachsener Geiler Film Klassiker Wunderschön Und da ist der Chef der Äh Boys Der verlorenen Jungs Auch Rufio Wer den nur nicht kennt Erstens Schämt euch Zweitens Angucken Ach du Scheiße Was ist denn das für eine Armada Jo Wow Wow Ja man kann es auch übertreiben Ne Okay da sind zwei Schiffe die mich Sehen könnten Aber wie fängt man sowas an Oh Ja 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 Rotes Meer Ja ja Und schon entdeckt Tschö Ich bin mal unten drunter Ich bin mal unten drunter Äh Schade War das kleine Mädchen Was immer noch schade war Auch wenn man weiß Das Ubisoft gerne seine Formel anwendet Mit den toten Eltern Toten Kindern Fand ich das doch dann Sehr schade Mir geht grad die Luft aus Komm schneller Komm schneller Schneller Alter Ja Was meinst du was ich mache Okay Das Ding mit dem länger unter Wasser Wäre jetzt praktisch Oh Gott Ist doch jetzt eigentlich egal wo ich hingehe Irgendeiner sieht mich Das wird so schief gehen Was weiß ich jetzt schon Das meinte ich Wollen wir erstmal den vom Schiff Toll Hat mich ein anderer gesehen Wollen wir Wollen wir Woa 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 Boah, das ist so dämlich. Die sind jetzt alle in Alarmbereitschaft. Ja klar, und der sieht mich sofort. Boah. Echt super. Wer sieht... Hä? Ich hab das Schiff doch ausgerottet. Boah. Was? Oh. Deine Ernst jetzt. Was? Krass. Also, das war's. Sieh, 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 sieh. Sieht ja schon mal geil aus. Boah, die Texturen. Und auch so, wie das Schiff ein bisschen abgenutzt aussieht. Sehr geil gem... Wow. Warum? Warum hat er sich nicht geduckt? Hallo. Bayek. Tauchen. 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 Hey, 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 hey. Wer jetzt auch gegant hat... Glückwunsch. Alter, wie kann er mich sehen Bitte, älter, bitte mich verarschen Machen wir halt jetzt auf den Kampf Keinen Bock mehr rumzuschleichen, die sehen mich sowieso alle So, brenn, brenn Ich rede wie ein Mädchen Obwohl Eine Frau würde die Flammen auspusten Einmal uff Ja, hier bin ich Och, ey Ach ja, da war ja eben eine Brücke, die können vom anderen Schiff rüberkommen Er ist verschwunden Ich hoffe, das war richtig Oder ich sehe ihn nicht mehr Och, komm Dass man die Kamera nicht ein bisschen so zurück machen kann Okay, die anderen gehen jetzt da rüber, nur noch er ist da Und da haben wir eine Ölplatte Platte Ja, ja Not sie jetzt Jetzt gibt's Krieg Ja, ja, ja Du wirst mich töten Du wirst mich an den Eiern aufhängen Bla, bla, bla Schaffst du eh nicht What? Womit hat der mich denn ge... Ach so Wuii So, den hab ich noch kurz an vom Bord geschossen Klar seien die mich Boom Konfirmatione Ich hab genug Pfeile Naja, daneben schießen soll sich trotzdem nicht Woha Also Ich find das ja immer unfair Ich kann nicht so oft schießen Wenn ich an nem Ding bin Au So Alles wegholen erstmal Alter Geben mir den doch nen Sack Danke So Ach, da ist er, der Boss Ha 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 Net, wie du weit weg weg bist Aua Moment Ich will ne Special Attacke machen mit dem Hä Ach ja Brennender Pfeil Warum durchkreuzst du meine Pläne? Die Verborgenen werden dem Orden niemals Luft zum Atmen lassen Also stimmt es doch Die Verborgenen existieren wirklich Haha Wir geteilen Seltsam Dass ihr die selben Dinge wollt wie wir Reden Ordnung Doch unsere Ideen werden überdauern Du kannst mich töten Doch uns wirst du Noch uns wirst du töten Cäsar schuf einen starken Orden Bevor ihn dein Weib Feige und Hinterrücks ermordet hat Und unsere Macht blodert im Schatten Und wir Erzeugen diesen Schatten Ja Verborgenen holen dich Ah Du bespattet Ich sage es am unnett Sie wird sich freuen Jo Werden wir das wohl machen ne Erstmal hier weg Gute Sache Wie können die mich sehen Brenn Und stopp Booyah Haha Was What Oh ich hasse diese Meuscheldinger ey Ach komm But there are whispers on the wind A brotherhood born in the shadows They are the first to call themselves The Assassins Die 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 sugar Die Ich